So grillen kann beginnen. Ja der Christian, da kommt er uns noch mal besuchen. Jetzt können wir noch mal ein kleines Grillwürstchen drauf machen. Hier geht die zweite Runde. Die feinste Fleischerei. Waren von der Fleischerei. Hinkeltei. Hinkeltei. Und wer hat es uns verkauft? Julianchen. Julianchen hat es uns verkauft. Das ist eine fettige Baustelle. Die Halle ist eine herrliche Baustelle. Willst du ein Wurst? Geil. Hier gib mir noch eine Rostreie. Geil. So. Hammer drauf hier. Komm. Schneller. Mach das mal die Alten alle. Nein, die Alten. Das ist kein Alters von heute Mittag. Richtig ein bisschen die Rente hochziehen. Ja, warum? Na nicht so viel. Die Rente hier oben. Ja, ich mach ihn schon, Jensi. Na komm. So und jetzt beißen wir schön rein hier. Das ist ja ein Tausender. Mh. 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 Gänse.